Herzlich Willkommen beim Dies, Das auf AGRO-TV. Ja, man kann sich doch mal fast versprechen. Mein Name ist Falk Schacht, bei mir sitzt mein Gast heute, Markus Steiger. Schön, dich da zu haben. Danke, es freut mich sehr, eingeladen worden zu sein in dieses Sendepromat. Ja, Freunde des Hauses lade ich immer sehr gerne in meine Sendung ein. Das freut mich, ich bin auch wirklich ein bisschen aufgeregt, Erik. Ist das wahr? Ja, wirklich. Ganz ernsthaft. Ja, weil du immer so harte Interviews machst. Ja, absolut. Ich bin ja der wahrscheinlich bekannt als kritischste Interviewer in Deutschland, auch konfrontativste Interviewer. Ich bin nicht so soft wie du. Du stellst immer so gemeine Fragen. Ja, es kann ja nicht jeder so weich sein wie du, weißt du? Diese Psychomasche, das läuft ja nicht bei den Rappern, deswegen haben die auch keine Lust. Ich versuche ja immer verbindlich zu sein. Einfach nett. Ja, genau. Nett. Da sind wir schon beim Thema. Du hast ein Buch geschrieben, Hoffnung ist ein Hundesohn. Die Hoffnung ist ein Hundesohn. Das die habe ich jetzt mal unterlassen, aber okay. Ich bin ja pingelig. Er ist ja auch dein Buch, du darfst es ja auch sein. Es ist ein Roman, den du geschrieben hast und ich würde zuerst gerne mit dir über ein paar Dinge aus dem Buch, ein paar Geschichten aus dem Buch sprechen und deine Meinung dazu abklopfen. Und später würde ich gerne in den interpretativen Rahmen gehen, wo ich immer total versagt habe in der Schule. Ich hatte nämlich in Deutsch immer irgendwie so eine 3 bis 4, aber die Lehrer hatten auch nie recht, muss ich dazu sagen. Aber ich war immer alleine mit meiner Meinung. Lehrer sind auch Hundesöhne, wie die Hoffnung. Meine waren das zu einem großen Teil, muss ich leider sagen. Aber ja, ich hoffe du kannst damit was anfangen. Ich würde gerne einsteigen und zwar... Ganz kurz, vorweg, liest du gerne eigentlich? Liest du gerne? Ich lese sehr gerne, aber keine Romane. Hat dich das angestrengt, das Buch zu lesen? Äh, nein. Warum? Nee, weil... Hast du sowas schon gehört? Nee, ist einfach wirklich jetzt eine Interessensfrage. Ich meine, man ist ja... Ich hasse ja Rapper, die mich fragen, wie fandest du mein Album? Aber ich finde mich gerade in einer Situation wieder, wo ich eigentlich gerne jeden fragen würde, und, wie findest du das? Wie findest du das? Also ich hab mich gut unterhalten gefühlt. Ich denke, das ist mit einer der Hauptsachen von so einem Buch. Ich erwische mich, dass ich mir die ganze Zeit bildlich vorstelle, wie das verfilmt ist. Ich eher so der Film-Junkie bin. Also ich sehe das schon als fast auch Drehbuch. Und es wirft halt eben diese Fragen auf, dieser Bereich, wo ich am Ende hin will, in dieses Interpretatorische, wo ich mich frage, was möchte mir der Autor eigentlich damit sagen? Möchte er überhaupt etwas sagen? Ja klar, natürlich möchte ich was damit sagen. Ich bin ja auch bekannt als Message. Nee, Message war ja ein Rapper im Royal Bunker bei der Freestyle-Bühne und der hat ja immer Message gedroppt und deshalb hieß er am Schluss Message, obwohl ich diesen Namen eigentlich immer ganz geil fand und eigentlich gerne gehabt hätte. Aber Message war halt Message. Ohne diesem Herrn entgegenzutreten, im Gegensatz zu ihm, weiß man ja, wer du bist. Du könntest den Namen einfach rippen und das wird keiner merken. Das mach ich nicht. Das finde ich nett von dir. Das ist, so was ist, verstehst du, das ist echter Hip-Hop. Das ist Fairness. Weil es gibt viele Rapper, die sich irgendwelche Namen geben, die eigentlich schon existieren. Du, es gibt ja auch Rapper, die nehmen irgendwelche Reime, die schon existieren und kommen damit durch. Ja, bei uns nicht. So, pass mal auf, wir steigen jetzt mal ein in deinen Roman, bevor du mich nochmal unterbrichst. Und zwar, es spielt in einem alternativen Deutschland. Es spielt gar nicht in unserem heutigen Deutschland, sondern in einer Parallelwelt. Kannst du die mal kurz skizzieren? Ja, ich mach's jetzt ganz kurz, wie auf dem Buchrücken zu lesen ist. Also, Deutschland ist immer noch geteilt. Helmut Kohl ist noch an der Macht. Helmut Kohl war der ewige Kanzler meiner Jugend. Und eigentlich würde es mich auch nicht überraschen, wenn er heute immer noch am Start wäre. Du weißt schon, in welcher Verfassung er sich zurzeit befindet. Ja, aber in dieser Verfassung habe ich ihn auch als heutigen Staatslenker auch fast gesehen. Er sitzt ja auch in meinem Roman im Rollstuhl tatsächlich. War das schon visionär, bevor er da reingefallen ist? Nein, nein, also da war er, glaube ich, schon im Rollstuhl. Entzündet hat sich der Gedanke, dass ich mir vorgestellt habe, was passiert wäre, wenn in Leipzig an einer Montagsdemonstration Anfang Oktober tatsächlich der Schießbefehl ergangen wäre und diese Demonstration zusammengeschossen worden wäre. Weil die, und das ist ja die Realität, die Maschinengewehre waren da schon aufgebaut. Du müsstest vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausholen, weil über das, was ich mit dir da reden will, also dein Start, was ergibt sich daraus? Ich hole jetzt auch aus. So, also dann habe ich mir vorgestellt, diese Menge wird zusammengeschossen, es entsteht irgendwie so eine Art chinesisches Massaker halt mitten in Deutschland. Daraufhin erklärt Helmut Kohl als Mann der Tat irgendwie den Ernstfall und rückt dann mit Panzerverbänden an der ostdeutschen Grenze oder fährt die da, lässt die da auffahren. Die Bevölkerung findet das total gut, wählt ihn im nächsten Jahr mit einer Zweidrittelmehrheit zum Bundeskanzleramt. Mit einer Zweidrittelmehrheit kann man die Verfassung ändern in Deutschland, also im Bundestag. Und das passiert dann. Und daraufhin wird die Ausländerpolitik, die Anfang der 90er Jahre existiert hat, wird fortgeführt und halt immer krasser. Die Grünen werden verboten, die SPD wird zusammengeschlagen auf eine Splitterpartei. Und es entsteht so eine Art Mediendiktatur à la Berlusconi, gemischt mit Putin und Sarkozy. Das ist so quasi die Grundstimmung in diesem Deutschland, das ich beschrieben habe. Und das Ganze spielt dann allerdings losgelöst von dieser Rahmenhandlung in einem Berlin im Jahr 2012, kurz vor der nächsten Bundestagswahl, wo Helmut Kohl wiedergewählt werden sollte. Und da bewegen sich dann fünf Protagonisten durch dieses Wahlwochenende, das ein bisschen ausartet. Man muss vielleicht noch hinzufügen, es gibt dann auch so richtige Ghettos, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, im ursprünglichen, es sind abgetrennte Teile. Ja, also die sind auch, also ich habe mich dann auch mit dem Warschauer Ghetto beschäftigt, das von den Nazis eingerichtet wurde, wo dann Juden leben mussten während der Nazi-Diktatur. Und so ähnlich ist dann der Bezirk Neukölln. Also es gibt dann richtig, das wurde richtig abgesperrt für eine gewisse Zeit. In dem Zeitraum, wo es, wo dieses Buch spielt, ist das, ist die Absperrung schon wieder aufgehoben. Aber es hat dann auch so ein bisschen was von diesen jüdischen Check- oder israelischen Checkpoints für die Palästinenser. Also man muss sich da an- und abmelden, wenn man aus diesem Sperrbezirk raus möchte. Oder es hat auch so was wie früher in Johannesburg oder in Südafrika. Also die Leute können sich einfach nicht frei bewegen. Und die Migranten müssen auch spezielle Ausweiskarten tragen, was dann auch wiederum der Realität entspricht. Das ist zum Beispiel in Österreich und der Schweiz so. Da müssen Asylanten sich mit speziellen Ausweisen ausweisen. Also es ist alles übertrieben in diesem Buch. Es ist alles sehr, sehr zugespitzt. Aber es hat auch oft reale Grundlagen. Also ich habe diese Sachen ja auch gefunden in der echten Welt und das dann halt alles hierher in diese Stadt übertragen. Das ist halt auch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil es hat mich eben erinnert an Russland, an Putin. Diese Pseudo-Demokratie, wo du zwar zur Wahl gerufen wirst, aber eigentlich nichts verändern kannst. Berlusconi war ja ähnlich und das ist, also das ist direkt dann in Europa, gar nicht so weit weg von uns. Glaubst du, dass das, was du im Buch beschreibst, möglich wäre in Deutschland? Ist so etwas möglich, dass wir da mal hinkommen? Ähm, ja, ja, also, ähm, ja. Das ist ja auch eine Antwort. Also ich habe zwar eine offene Frage gestellt, aber ich meine, die AfD ist da, ja. Sie ist eine rechtspopulistische Partei. Es könnte ja sein, und wenn die ordentlich Mehrheiten bekommen? Ja, dann glaube ich, dass zum Beispiel so eine Partei wie die CDU sich da auch durchaus unter Druck setzen lässt und selber nationalistischere Töne anschlagen können. Bei der CSU sehen wir das ja schon, gerade jetzt im Vorfeld der Europawahl. Was Seehofer da ablässt, ist ja teilweise nicht nur grenzwertig, das ist weit darüber hinaus schon. Ja, das ist ja auch die Aufgabe der CSU, dass rechts von ihr ja keine andere Partei existieren soll. Und diese Aufgabe nimmt sie sehr gewissenhaft wahr. Und, ähm, in Krisenzeiten haben so Werte wie Nationalismus halt wieder Konjunktur. Also man sieht das in Griechenland, da sind die Faschisten auf dem Vormarsch. In Italien sind sie ja nie weg gewesen. Und, ähm, klar, sowas kann immer wieder vorkommen. Also ich glaube, dass halt, dass er gerade in Krisenzeiten so etwas wie nationale Werte und, ähm, die sogenannte verkürzte Kapitalismuskritik, dass man irgendwelche Bevölkerungsgruppen dafür verantwortlich macht, äh, dass es einem schlecht geht, dass, äh, sowas, äh, ganz schnell entflammbar ist. In deinem Buch gibt es einen Innenminister, er heißt Ronald Kotsch. Äh, genau, ja. So heißt er nämlich. Er ist vollkommen frei erfunden. Genau, zufällige Anspielungen sind, wie gesagt, zufällig. Und er hat einen Verfassungsschutz aufgebaut, der eine Art Staat im Staat ist, der am Ende dieses Buches sogar versucht, einen Putsch zu organisieren. Zumindestens, ich will nicht zu viel verraten, aber, äh, es wird daran gearbeitet, einen Putsch zu machen. Glaubst du, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir über den Verfassungsschutz im Rahmen der NSU-Affäre erfahren haben, dass es diesen Staat im Staat tatsächlich gibt und dass die irgendwie vielleicht auch versuchen, eigene Dinge zu organisieren? Also das Krasse an diesem Buch, jetzt wiederum angesprochen auf NSU, es gibt ja eine Person, die, äh, äh, zufallsgeneratormäßig Leute umbringt. Also, äh, 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 war. Der Verfassungsschutz weiß das aber, dass er das getan hat, weil der dann die ganze Zeit über auch auf der Karte hatte und beobachtet hat. Der Geheimdienstkomplex ist tatsächlich ein Komplex in allen Staaten. Ich glaube, dass Geheimdienste teilweise wirklich ein Eigenleben entwickeln. Wenn ich gut meinend bin mit den Politikern, dann ist das sicher gut gemeint und auch wirklich verfassungskonform eingesetzt. Ändert aber nichts daran, dass es dort Leute gibt, die aufgrund ihrer Gesinnung oder aufgrund dessen, dass sie selber meinen, irgendwas besonders gut machen zu wollen, dass sie dann durchdrehen und einfach komplett eigenständig handeln und das auch können. Inwieweit begibst du dich in solche Verschwörungsbereiche gerne hinein oder glaubst sie sogar? Ich begebe mich überhaupt nicht gerne in Verschwörungsbereiche hinein. Ich halte mich aber gerne an die Fakten, die offensichtlich sind und da gibt es einfach genug zu tun. Also gerade wenn man NSU... Also viel seltsam ist, was man so sieht einfach, wo man denkt, wie kann das sein? Ja, also ich meine schon allein die NSU-Geschichte reicht aus, um sich mit diesem Komplex wirklich länger beschäftigen zu können, ohne in die Verschwörungstheorie abrutschen zu müssen, sondern da gibt es einfach nur die Fragen, die zu stellen sind. Wenn man die einfach stellt, dann hat man genug zu tun. Das andere ist ja zum Beispiel World Trade Center. Wenn man da die Fragen stellt, die es immer noch gibt, irgendwie was ist mit dem dritten Gebäude passiert, das an diesem Tag auch eingestürzt ist, dann hat man da auch genug zu tun, ohne dass man jetzt irgendwie gleich fragen muss, wer hat es getan, sondern einfach nur diese Fragen auf den Tisch legen muss. Gerade im Rahmen der Edati Affäre kommen ja jetzt diese NSU-Fragen auch gerade wieder hoch. Ich sehe das wie du. Glauben, was dann behauptet wird, was die Gründe sind, fällt mir schwer. Da möchte ich auch Beweise. Aber die Frage alleine und die Seltsamkeit des ganzen Komplexes, wenn man sich das anguckt, reicht häufig schon aus, um so seine Zweifel zu haben. Du beschreibst in dem Buch ein Deutschland, in dem, glaube ich, die Mehrheit dieses Landes niemals leben möchte, das kann man auch indirekt als eine Art Kompliment an das jetzige System verstehen. Nach der Devise, uns geht es ja jetzt eigentlich ganz gut, weil es könnte ja auch schlimmer sein. Darf man das so interpretieren oder findest du dieses System, in dem wir jetzt leben, auch kritikwürdig? Es gibt viele Sachen, die in diesem Buch stattfinden, die zwischen System und Gesellschaft möchte ich nochmal unterscheiden, die an der jetzigen Gesellschaft, die ich an der jetzigen Gesellschaft kritikwürdig finde. Es wird ja eine Generation beschrieben, die jetzt nicht wirklich Einfluss nehmen möchte, weil sie denkt, dass sie sowieso nichts verändern können. Und die gehen dann einfach ihren Jobs nach, die ja, was weiß ich, in der Werbebranche dann mit relativ sinnloser Tätigkeit angefüllt sind und am Wochenende gehen sie feiern. So, was ich ja auch ein bisschen aus Russland übernommen habe. In deinem Buch jetzt. Ich meine hier auch, aber... Ja, genau. Und das ist halt so, da verschwimmt halt Realität mit der Fiktion. Also das finde ich schon kritikwürdig. Also relativ intelligente Menschen ballern sich halt einfach jedes Wochenende den Kopf weg, weil sie eigentlich ihrer eigenen Existenz überdrüssig sind und weil sie ihr eigenes Leben so bescheiden finden. In deinem Buch gibt es eine Organisation, die ist hervorgegangen aus der Jungen Union, also der Jugendorganisation der CDU und heißt jetzt DJU, also Deutsche Junge Union. Und diese ist eine radikale Truppe, die losgeht und vor allem junge Protestler oder aufmüpfige Leute versucht zu unterdrücken. Darunter fallen in deinem Buch steht Hip-Hopper, Gruftis und Metaller. Glaubst du, dass... Weil es wird ja immer gesagt, Hip-Hop und auch viele andere Jugendbereiche sind nicht sonderlich kritisch. Zur Zeit zum Beispiel wird immer gesagt, Hip-Hop, die sind apolitisch, die interessieren sich nicht für Politik. Glaubst du, dass das zusammenhängt mit den äußeren Umständen? Weil in diesem System, das du beschreibst, wären die ja automatisch durch reine Existenz schon eine politische Gegenkultur. Aber ich kann eine Frage gestellt... Was war die Frage? Die Frage ist, ob da nicht damit im Grunde auch gesagt wird, du sagst, Hip-Hop, Metaller und Gruftis sind auch heute eine politische... haben eine politische Einstellung, sind eine politische Kraft, aber weil das System besser ist als das in deinem Buch, fällt das nicht weiter auf und wird halt immer gesagt, ja, ja, die sind nicht politisch. Also diese Jugendorganisation, die ich da beschrieben habe, die habe ich direkt von Putins All-Vater-Partei oder wie die Allrussische Partei, da gibt es eine Jugendorganisation, die genau das tut, nämlich Andersdenkende verprügeln. Ich habe Hip-Hopper, Gruftis und Metaller deshalb genommen, weil die in den 90er Jahren irgendwie so die Jugendkulturen waren, die ich so als wirklich Peer-Groups ausmachen konnte und Hip-Hopper einfach wegen ihres schwarz-amerikanischen Ursprungs da nicht in dieses völkische Deutschland reingepasst haben. Glaubst du denn, dass das heute noch so ist oder würdest du dem heutigen Hip-Hop in der realen Welt irgendwie gerne einen Vorwurf machen? Also dem heutigen Hip-Hop würde ich nicht unbedingt den Vorwurf machen, dass er jetzt unkritisch ist. Der heutige Hip-Hop hat großartige Analysefähigkeiten. Also wenn ich mir Straßenrap anhöre, dann bekomme ich eigentlich ein relativ exaktes Bild von dem, wie ein gewisser Teil dieser Gesellschaft lebt. Ich kriege das sogar bei Crow, kriege ich ja auch einen Eindruck, wie Jugendliche heute leben. Ja, aber das ist sehr unterschiedlich. Also das, was ein Haftbefehl beschreibt und das, was ein Crow beschreibt, sind sehr unterschiedlich über Chilo und Abdi. Der einzige Vorwurf, den ich Hip-Hop machen würde, ist, er kritisiert sehr verkürzt. Also es geht dann eben auch im Lösungsansatz darum, dass man ehrenhaft sein soll, dass man gerade sein soll, dass man seine Leute unterstützen, dass man loyal sein soll, dass man die Schweine da oben irgendwie finden und aufhängen soll, das ist natürlich keine, das ist dann tatsächlich wieder so auf halbem Weg stecken geblieben. Da fehlt dann die richtige Analyse, die richtigen Ursachen, dass wir halt einfach immer noch natürlich in einer Ausbeutewelt leben im Endeffekt. Und dass gewisse Leute einfach aufs Abstellgleis geschoben werden und zwar im großen Stil, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Und das ist ein Problem, das erkennen die wenigsten, weil das Heil wird dann wiederum in der individuellen Kraft gesucht, nach dem Motto, du schaffst das. Du schaffst das. Wenn du an dich glaubst, dann schaffst du es. Und das ist das Mantra, was dieses System einem auch immer wieder vorsagt, was halt nicht stimmt, insofern, wenn von zehn Leuten es nur einer schafft, dann müsste man mal drüber nachdenken, wenn es neue nicht schaffen, könnte es doch ein strukturelles Problem sein. Sind wir damit bei dem Titel deines Buchs? Weißt du, weil du beschreibst ja da, das ist ja die Hoffnung, der deutsche Traum, the German Dream, den es ja so an sich eigentlich nicht wirklich gibt, aber dieses Kapitalismusversprechen, du schaffst das, wenn du hart arbeitest und die Hoffnung hat man. Und wenn man dann doch nur Taxi fährt als Akademiker, ist das natürlich, dann denkt man sich, die Hoffnung ist ein Hundesohn. Morgen könntest du natürlich... Morgen kriegst du den Job in der... Morgen habe ich es vielleicht. Die Hoffnung, warum der Satz fällt in dem Buch, ist er privat. Das ist ein sehr privater Gedanke, der da geäußert wird. Aber man kann ihn natürlich auf sehr viel mehr anwenden. Und ich meine, das Beispiel ist eigentlich ganz schön. Ich habe es jetzt eigentlich noch gar nicht so gesehen, aber ja, das stimmt. Habe ich doch nicht so schlecht interpretiert. Herr, ich weiß Ihren Namen nicht mehr aus meiner Schule. Fuck you. Das stimmt, aber ich finde, dass die Hoffnung einen aufhält im Endeffekt. Also klar zu erkennen, ey, es ist scheiße und es gibt auch keine Hoffnung auf morgen. Es ist heute scheiße und es wird morgen scheiße sein. Dann herzugehen, dann hast du die Kraft, auch etwas zu ändern. Das ist ja mein Lebensmantra, ne? Ich werde ja immer als Grantler und so und ich bin ein worst case scenario thinker und die Leute kommen mir mal so schlecht darauf klar. Aber ist doch scheiße. So. Und morgen wird wahrscheinlich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch scheiße sein. Und jetzt kann man gucken, wie wir es besser machen. Wenn man nichts ändert, wird es morgen scheiße zu sein. Nur weil es heute scheiße ist und dann zu hoffen, dass es morgen aus irgendeinem metaphysischen Grund, weil ein Gott aus einer Kiste springt und dir dann eine andere Welt bietet, dann das besser werden soll. Aber wo ist dann der Unterschied, weil im Kapitalismus geht es ja darum, du musst ja was tun. Das ist ja Arbeit, das ist der Stärkere setzt sich durch und der Schwächere bleibt hängen. Das ist ja Kapitalismus. Das ist ja im Grunde Darwin auf Wirtschaft umgesetzt. Auch, ja. Ja, auch. Aber wo ist dann der Unterschied zu dem, was wir gerade gesagt haben? Man muss schon was tun, damit es morgen besser wird. Ja, du musst ja die richtige Ursache finden, du musst die richtige Frage stellen. Was ist denn die richtige Frage? Warum leben wir immer noch in einer Welt, in der die Hälfte von meinem Lohn von jemand anderem weggenommen wird, nur weil er mich da arbeiten lässt? Geil, jetzt sind wir bei der FDP. Nein. Noch, die wollen Steuern sparen. Die Hälfte von meinem Lohn wird von meinem Boss weggenommen. Der verdient an mir, nur weil er mir seine... Ach, diese Hälfte meinst du? Ja, diese Hälfte. Aber das ist ja die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage. Warum, wenn ich an einer Maschine stehe und dieses Produkt hier herstelle, warum nimmt mir das die Hälfte oder vielleicht sogar noch zwei Drittel wird mir weggenommen von demjenigen, der mir diese Maschine hinstellt, nur damit ich für ihn arbeite? Tut mir leid. Wie willst du das sonst aufteilen? Also erstens müssen wir uns mal darüber klar werden, dass wir in dieser Gesellschaft Dinge produzieren, die kein Mensch braucht. Weil sonst würde es diese ganze Werbeindustrie nicht geben, wo man sich die ganze Zeit darüber Gedanken macht, oh Gott, wir haben so viel von der Scheiße, wie werden wir diese Scheiße jetzt auch noch los? Auf der anderen Seite gibt es aber sehr, sehr viele Dinge, die nicht produziert werden, die gebraucht werden, aber es gibt niemanden, der sie bezahlen kann. Gebraucht werden sie. Du hast mir mal von Medizin zum Beispiel für Afrika erzählt, Aids-Medizin und so weiter. Auch ganz andere lebensnotwendige Medizin wird nicht an Menschen verteilt, die sie brauchen, sondern nur an die abgegeben, die sie bezahlen können. Und wenn in Afrika Hunderttausende sterben an heilbaren Krankheiten, einfach nur weil Penicillin fehlt, dann werden sie nicht geheilt, weil sie diese Arzneimittel nicht kaufen können. Das heißt, du implodierst, du plädierst wofür? Ich bin dafür, dass man dieses Wirtschaftssystem so umstellt, dass man wirklich nur Dinge produziert, die man braucht. Dann bräuchten wir alle sehr, sehr viel weniger arbeiten. Dann, also zumindest bräuchten wir alle sehr viel weniger sinnlose Tätigkeit machen. Wir können ja, wir haben die Möglichkeit, sehr viel Sinnvolles zu tun. Ich bin der Advokat des Teufels. Wer entscheidet denn am Ende, was sinnvoll ist und was nicht? Okay, das ist natürlich das alte Argument. Ja, es ist dann das Politbüro, die dann so Planwirtschaft machen. Gut, wir haben moderne Kommunikationsmittel, sehr moderne Kommunikationsmittel. Wir können schon darüber entscheiden, glaube ich, und was man herstellen lässt. Ich bin nochmal Advokat des Teufels. Wir haben doch bei der Piratenpartei schon gesehen, wie toll das mit diesen modernen Kommunikationsmitteln funktioniert, wenn diese ganzen Behinderten spasten, und jetzt bin ich genau wie die, sagen, Du redest scheiße, mach das nicht und so. Und dann trollen die sich alle nur. Müsste mal ausprobieren. Aus Peitschen, vielleicht. Ich bin ein Verfechter der Basisdemokratie. Ich glaube an die Leute und ich glaube auch, dass sie eigentlich auch wissen, was sie wollen. Ich finde aber gut, also wir werden das hier jetzt nicht weiter groß vertiefen können, aber ich finde gut, dass du überhaupt noch eine Utopie hast, an die du glauben kannst, weil ich glaube, das ist ein großes Problem unserer heutigen Zeit, die Utopielosigkeit, weil wir haben Kommunismus probiert, wobei das ja nie der echte war, sondern ein egoistischer, diktatorischer, ausbeutender Kommunismus. Nein, nein, das war einfach nur dasselbe System mit einem anderen Lokführer. Genau, aber es gibt keine Gesellschaftsutopien, keine Träume, keine Hoffnung, an der wir uns ausrichten können, weil überall gibt es nur diesen Kapitalismus. Selbst in China ist das ja eigentlich nichts anderes als ein diktatorischer Kapitalismus. Ja, aber der Kapitalismus kommt sehr gut mit Diktaturen zurecht. Der mag Diktaturen im Endeffekt. Und deshalb, das ist nämlich die große Gefahr. Nur weil wir jetzt in einer freiheitlichen Grundordnung leben und dieser Kapitalismus bislang mit dieser freiheitlichen Grundordnung gut funktioniert hat, heißt das nicht, dass die freiheitliche Grundordnung bestehen bleibt. Nö, nö, es gibt ein, wo schlecht geht, dann mag auch gerne, dass die Leute noch ein bisschen mehr unterdrückt werden. Es gibt eine Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, die Demokratie hier im Westen ist tatsächlich ein Problem, und zwar für die Wirtschaft, weil in China, da kann man sehen, dass es viel besser läuft, wenn man das anders entscheidet. Und man sollte überlegen, hier dasselbe einzuführen, weil wir Menschen hier, wir stören die Politiker beim Regieren und wir stören die Firmen, wenn wir nicht wollen, dass Stromleitungen über dem Haus hängen. Ja, richtig durchregieren, das wäre schon schön, also einfach mal so ohne Schranken. Ja gut, aber das haben die ja schon in Chile damals auch probiert. Nachdem Allende abgesetzt wurde, haben sie mit Pinochet einfach, da kamen ja die neoliberalen Vertreter aus der Chicago-Schule, Milton Friedman, Chicago Boys, die sind da einmarschiert und haben da das Wirtschaftsprogramm hochgezogen. Und haben da einfach mal auch wirklich probiert, wie geht es da so mit einer Diktatur. Es ging sehr, sehr gut. Lass uns mal zurück zu deinem Buch kommen. Da gibt es einen Journalisten, der heißt Stefan Fabinger. Er arbeitet bei... Stimmt, oh, jetzt fällt mir... Jetzt fällt es dir ein, dass das zufällig einer der Mitgegründer der Backspin ist und dass das der Cousin von Torch ist und dass auf AgroTV, glaube ich, vor vier Wochen eine Folge von Freestyle Online ging, wo der auch sitzt und ein Interview gibt. Doch, doch, das wusstest du gerade gar nicht? Nee, das wusste ich... Was hast du, warum hast du dann gelacht? Weil ich jetzt an Stefan Faber dachte. Nee, Stefan Fabinger. Stefan Fabinger ist eine real existierende Figur. Oh Gott. Wusstest du gar nicht? Ist schon im Druck, das Buch, ne? Ist schon vorbei. Möchtest du ihm hier was sagen? Ja, alle Personen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ich musste auch lachen, weil es erst am Ende sozusagen der vollständige Name aufgedeckt wird und ich so, das stimmt jetzt aber nicht. Da steht das jetzt nicht, oder? Macht ja nichts. Das war echt wirklich. Also ganz ernsthaft. Wahrscheinlich war der Name so in meinem Unterbewusstsein tatsächlich, aber ich kenne auch Stefan Fabinger jetzt nicht persönlich, glaube ich. Meine Infos zur Folge, kennst du ihn nicht persönlich. Ja, nee, also es ist tatsächlich, vielleicht lernt ihr euch jetzt mal kennen. Gut, ich meine, ich heiße Marco Steiger und der Labelbesitzer von Nuclear Blast Records heißt auch Marco Steiger. Richtig. Das wusste ich auch nicht vorher. Ja, aber das weißt du doch jetzt dann schon ein bisschen länger, oder? Ja, seit ich mich 17 bin und in irgendeinem Heavy Metal-Fan sind meinen Namen gelesen habe und dachte ich, krass, krass mein Name. Also auf jeden Fall gibt es diesen Journalisten und dieser Journalist wird Pressesprecher eines arabischen Clans, der in diesen Ghettos irgendwie das Business und die Strukturen da ein bisschen regiert. Und am Ende, da ist er, weil er möchte unbedingt mit dem auch zu tun haben, weil er stellt sich irgendwie vor, dass das total cool sein muss in diesen arabischen Großfamilien. Und am Ende ist er von dieser arabischen Familie irgendwie enttäuscht. Kannst du mal erläutern, warum die Figur Stefan Fabinger im Buch enttäuscht ist von diesem arabischen Großclan? Naja, weil er halt benutzt wurde am Ende und das erkennt er ja. Er erkennt es nicht nur am Ende, er erkennt es ja mit dem Brain. Was genau, was genau macht denn der arabische Clan? Also wie benutzt er ihn? Wo nutzt er ihn aus? Ich weiß jetzt gar nicht, wo man nicht spoilern darf. Ach fuck spoilern, die Leute können das Buch doch eh, also, die sollen, nein, nein, die sollen es lesen und wenn du da jetzt eine Sache spoilerst, geht die Welt nicht unter. Also, er ist fasziniert von dieser Welt, er stellt sich ja nicht nur vor, dass das irgendwie großartig ist, sondern er lernt diese Mafiosi kennen und findet es natürlich auch geil mit denen abzuhängen und dieses Gefühl von Stärke. Ja, und wenn man mit denen im Club ist, dann passiert einem nichts und dann kann man auch andere Leute anmachen und bla 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 bla. Und er denkt halt, er ist ein Bruder. Ja, ein Brudi. Ein Brudi. Bild-Zeitung hat, ja, also zum Springer-Universum und... So eine Kartoffel kann er einem im Kartoffelland ja auch mal nutzen, zwischendurch mal so. Genau. Das bringt, also er ist am Ende ein bisschen enttäuscht, ohne viel zu spoilern, mein Eindruck, er ist deshalb enttäuscht, weil er feststellt, dass dieser, diese arabische Großfamilie, von der er denkt, sie sei anders als das System, aus dem er kommt und was er in der Sekunde nicht leiden kann, er stellt dann aber fest, die sind am Ende eigentlich genauso wie die oberen und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das deine Aussage, oben und unten, also die allerobersten und die alleruntersten sind im Grunde eigentlich die gleichen, nur die oben können es besser verdecken und vertuschen und sind noch schwerer zu schnappen, weil sie auch keiner jagt? Ja, ja klar, das ist ja die Realität. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht etwas, wie ich das sehe, sondern, oder, doch, ich sehe, ich sehe es so, ja, oben und unten sind gleich und natürlich guckt jeder, dass er seine Schärflein ins Trockene bringt und wenn ich da am Flughafen Schönefeld sehe, was da für Tricks und Schiebereien stattfinden, die vollkommen legal sind, dann finde ich das Drogengeschiebe auf der unteren Ebene auch nicht weiter dramatisch. Also oder dann ist es halt gleich, also ich bin ja auch kein, also ich bin ja auch in der Frage kein wirklicher Moralist, sondern da bin ich einfach, ich sehe, okay, die Leute wollen ihr Auskommen sichern und es gibt eine begrenzte Art von Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und wenn in einem Golfclub es üblich ist, dass man dort Steuern hinterzieht, dann wird man in dieses System wahrscheinlich genauso hineingezogen, wie wenn in einem Viertel Drogen verdickt werden und man damit was machen kann, schnapp machen kann, wie man sagt. Würdest du das verkürzen auf die Formel, das sind im Grunde alles irgendwie Geschäftsleute, in Anführungsstrichen, die machen halt ihr Business, nur das eine ist vor dem Gesetz weniger illegal, weil die das Gesetz nämlich selber machen können, weil die an den Hebeln sitzen, als das, was die anderen machen? Klar, ich meine, als Hugo Chavez in Venezuela an die Macht kam, hat er Gesetze irgendwann mal erlassen, dass der Handel mit Erdöl straffbar ist. Er hat die Gesetze geändert. Wenn du hier jetzt ein Gesetz erlassen würdest, dass das Handeln mit Derivaten, mit hochriskanten Finanzprodukten verbieten würde, wäre es illegal. Wenn du gleichzeitig ein Gesetz erlassen würdest, das den Handel mit Marihuana erlaubt, dann wäre das wiederum legal. Also die Gesetze sind ja nicht ewig, die hat ja kein Gott vom Himmel geworfen, sondern die machen Menschen. Selbst die Gesetze, die sind doch auch vom Menschen. Selbst die Gesetze von Gott. Ja, ja, Moses hat das doch selber da oben aufgeschrieben, auf die Steintafeln. Aber eine theologische Diskussion lasse mich jetzt nicht ein. Sehr gut. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Und zwar, was diesem Stefan Fabinger, diesem Journalisten, auf den Zünder geht, ist auch, dass in dieser arabischen Großfamilie die ganze Zeit immer von Ehre und Würde die Rede ist. Aber dann machen sie trotzdem alles schlecht und alles, was haram ist. Und wenn man dann sich solche Figuren anguckt wie Hoeneß oder wie Alice Schwarzer, die auch immer so eine moralische Großfamilien kommen, die sind dann auch haram, weil die halt, also ich glaube, der verkauft ja auch Schweinewürstchen. Das ist ja dann doppelt ein dreifacher Rahmen, der Hoeneß. Aber, ja, die machen immer so eine moralische Bugwelle und dann kommt plötzlich raus, oh, ich hatte 30 Millionen auf dem Konto und hab's keinem gesagt und keine Steuern gezahlt. Ja gut, also Heuchelei ist keine Eigenschaft von arabischen Großfamilien und findet man wahrscheinlich in jeder Gesellschaftsschicht. Auch da gleichen die sich also alle. Ja. Die Bösen, die Bösen. Das sind keine Bösen. Ja, was sind die dann? Diese Menschen in meinem Buch sind Verlorene. Sie sind keine Bösen. Keiner ist wirklich böse. Selbst Kotsch ist jemand, der an die Sache glaubt. Der macht das, weil er daran glaubt. Aber macht es das besser? Also nur weil jemand einen falschen Glauben hat, und da sind wir wieder in der theologischen Ecke leider, macht es das ja nicht richtiger. Nee, es macht das nicht richtiger, aber es ist einfach, man muss die Grunddisposition des Menschen, also die Grundvoraussetzung des Menschen irgendwie sehen. Und ich glaube nicht daran, dass es wirklich explizit böse Menschen gibt, die sich ausdenken, heute mache ich jetzt mal was richtig gemacht. Können wir uns darauf einigen, ich finde, ich könnte dir da zustimmen, aber können wir uns darauf einigen, dass das dann, kann man es Doofheit nennen? Ja. Also es ist nur Glauben gleich Doofheit, weil der Unterschied ist ja, wenn ich weiß, also wenn ich Wissen habe und dann nicht doof bin, dann fällt es mir schwer zu glauben oder ich glaube nicht mehr, weil ich weiß. Also ich glaube, es ist ein Zitat von Goethe, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Er hat gesagt, es gibt mehr Schlechtes in der Welt durch Dummheit, denn durch Bosheit. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Es ist natürlich auch so, dass der Mensch nach seinem Vorteil strebt. Und dadurch auch viel Böses entsteht. Und vielleicht gibt es auch wirklich ganz satanistische Leute, die dann einfach auch wirklich ganz kalt sagen können, hey, wenn da jetzt 100.000 draufgehen, ist mir scheißegal, wir gehen da jetzt rein, wir erobern dieses Land und wir denken jetzt nur noch an den Profit und an unser... Was wäre denn ein Alternativansatz, da rein zu gehen und den Tod von Hunderttausenden kauf zu nehmen, außer Bosheit? Ich glaube, sogar diese Menschen denken einfach pragmatisch. Auch der, auch, also jetzt, jetzt zum Beispiel irgendwie so ein George W. Bush, der denkt wahrscheinlich gar nicht, sondern seine Berater, McCain... Dann machen wir doch Putin und die Krim gerade. Ja, der hat doch, der hat doch ein strategisches Interesse. Alter, das ist ein Schwarzmeerhafen, das... Ja, aber guck mal, es ist jetzt noch keiner umgekommen, es ist noch keiner umgekommen, aber wenn es da einen Bürgerkrieg gibt, kann ja passieren, und da sterben welche, dann scheißt der da doch drauf. Na klar, für den ist es doch ein, da geht es ja um die Sache, das geht ihm um Russland. Und er hat ein höheres Ziel, aber ist das Boshaft oder ist das... Nein, nee, das ist, also meine Meinung, also abgesehen davon, dass Putin was sehr Kaltes hat und ich glaube, dass der in irgendwelchen KGB-Kellern auch mal Hand angelegt hat, Achso, ich dachte, bei ihm. Aber okay, ja? Du meinst, er hat es schon mal zugeschlagen und noch mehr. Also das ist so ein Typ, der... Also den finde ich schon echt sehr entfremdet vom menschlichen Bild. Aber ja, also ich glaube, dass es eine Form von Bosheit insofern gibt, dass man das Menschliche in sich immer weiter zurückdrängt, weil man ein höheres Ziel, eine große Sache verfolgt. Das kann so... Ne, es gibt... Wie soll ich es erklären? Es gibt ja den Unterschied zwischen kalter Wut und Berechnung und Handeln im Affekt. Ja, es gibt Leute, die rasten aus, dann bringen sie irgendwelche Leute um. Dann gibt es aber den anderen Fall, da wird deine Organisation angegriffen, sei es jetzt eine Rockergruppe, sei es die arabische Großfamilie, sei es jetzt ein Land. Und dann sagt man, okay, wir müssen zurückschlagen. Das ist kalte, strategische Wut. Und dann zählt auch der Einzelne nicht, sondern das wird halt einfach dann zu einer anonymen Masse. Okay, hier Russen, da Ukrainer. Na gut, okay, dann gehen halt ein paar drauf. Und das ist... Wir haben ja auch genug Menschen auf diesem Planeten. Acht Milliarden ist eh zu viel. Das ist zum Beispiel auch so eine Einstellung. So ein bisschen Zynismus. Nein, die mag ich nicht. Das macht nichts. Die mag ich nicht. Also ich würde... Hauptsache wir lachen drüber. Ja. Gut, Steiger, gehen wir mal einen weiter. Gehen wir jetzt mal ins Interpretatorische des Buches. Da, wo ich in der Schule immer versagt habe. Du darfst sagen, was du möchtest. Habe ich ja schon. Du darfst auch denken, was du möchtest. Noch leben wir in einem freien Land. Ja. Ja, obwohl mir ein Typ vom Verfassungsschutz ja mal gesagt hat, ja, denken dürfen sie ja viel, nur sagen dürfen sie nicht viel. Das bringt mich natürlich zur Frage, warum... Die rufen auch einfach an. Warum sprichst du... Was hast du mit denen zu sprechen? Die rufen einfach an. Ich habe ein Interview geführt, da gab es verfassungsschutzrechtliche Bedenken und rufen die einfach bei dir an. Hallo Herr Steiger. Hallo Herr Steiger. Woher hatten die deine Nummer? Stehst du im Telefonbuch? Die hatten die halt. Oder hat die irgendeinen Rapper getwittert? Das Ding war, da weiß ich es nicht mehr genau, ob die damals bei mir in der Redaktion, also bei rap.de angerufen haben und ich sie vom Handy aus angerufen habe. Warte mal, also ja, was ein Fehler war, weil das war das eine Gespräch mit dem Verfassungsschutz, dann habe ich gesagt, ja, ich werde nichts sagen, keine Aussage. Und du hast keinen 31er gemacht? Nein, natürlich, selbstverständlich nicht, obwohl der 31er nur im Strafgesetzbuch für Betäubungsmittel steht übrigens. Ja, das wissen gar nicht viele. Habt ihr wieder was gelernt? BTM-Paragraf übrigens. Aber du bist kein Zinker? Nein, ich bin kein Zinker, ich habe mich gerade gemacht, ja. Vor diesem Verfassungsschutz-Typen. Egal. Vier Wochen, zwei Monate später, ruft mir ein Typ an. Ja, hier ist LKA Berlin, meier, bla bla bla, ich rufe an wegen dem und dem. Und wir reden so und ich so, ja, nee, keine Ahnung, weiß nicht, kenne ich nicht, sage ich nichts. Woher haben Sie eigentlich meine Nummer? Ja, äh, steht hier im Computer in der Akte. Sie haben ja neulich mit so einem Kollegen vom Staatsschutz telefoniert, da habe ich einfach mal im Computer nachgeguckt. Hast du schon eine eigene Akte? Hast du mal nachgefragt? Ja, bestimmt hat man die, ja. Ich meine hier, ne? Ist egal. Ist wurscht. So, kommen wir jetzt mal zu dem Interpretatorischen und wir gucken jetzt, ob ich mehr drauf habe als vor 20 Jahren oder nicht in der Schule. Und zwar, ich empfinde, das Buch geht sehr, sehr viel um Loyalität. Und vor allem den Verlust von Loyalität und warum überhaupt was Loyalität ist. Ist dir nicht aufgefallen? Guck mal, es geht die ganze Zeit, alle fünf Figuren sind miteinander so verwoben und sie verlieren alle gegenseitig. Wollen sie die Loyalität des anderen, aber verlieren sie dann. Also zum Beispiel deinen Innenminister Kotsch von dem Kanzler Kohl, die auch noch so eine Vaterbeziehung haben. Dann deine weibliche Figur Sabine mit ihrem neuen Freund Christoph, der so ein Revoluzzer ist. Dann gibt's den Stefan Fabinger, den Journalisten mit dem Führer dieser arabischen Großfamilie. Es geht die ganze Zeit um Loyalitäten im Buch. Ist dir nicht aufgefallen? Nee. Du hast es doch geschrieben. Was hast du denn da geschrieben? Aber weißt du, bei mir ist das so, ich sitze da am Computer und dann schreibe ich das manchmal von selber. Und dann lese ich das und denke mir, geil. Gut, dann mache ich jetzt, der da geschrieben hat. Dann lese ich das und denke mir, wuh. Aber dann analysiere ich jetzt mal heraus, worum es dir offensichtlich in deinem tiefsten Inneren geht. Nämlich um Loyalität, die dann, man verliert die Kontrolle. Und mich würde mal interessieren, was ist für dich eigentlich Loyalität? Wow. Wow. Ist ja auch gerade im deutschen Hip-Hop ein Riesenthema. Ja, das Komische ist, dass ich diese Loyalität nie gesehen habe. Nein. Also ich immer ein Problem habe mit dieser Loyalität, weil es gibt ja so viele Geschichten in diesem deutschen Hip-Hop. Ja, der hat mich verraten und der war so illoyal. Und ich denke mir jedes Mal, hey, da wo so groß Loyalität draufsteht, da ist nichts drin. Und die Leute, gerade in diesen ehrenhaften Zirkeln, das sind die Ersten, die sich verarschen und sich gegenseitig ans Messer liefern, wenn es drauf ankommt. Und deshalb halte ich von dieser Loyalität auch nichts. Und auch von diesem ganzen Geschwätz, der hat mich verraten und der hat mich verraten. Also spätestens beim zweiten Mal verraten werden würde ich mir ja mal Gedanken um meine eigene Grundsituation machen. Deshalb, also Loyalität ist eigentlich überhaupt kein Thema für mich. Ich erwarte sie eigentlich auch nicht. Wahrscheinlich wünsche ich sie mir trotzdem und bin aus, oder fordere sie deshalb nicht unbedingt ein, weil ich Angst hätte, vielleicht enttäuscht zu werden. Tatsächlich. Mann, ey, du bist echt Dieb, Falk. Frankfurter Schule, weißt du. Das ist ja jetzt einfach echt Diebe-Fragen, ey. Das ist echt geil. Pass mal auf. Loyalität. Loyalität. Was bedeutet das eigentlich, Loyalität? Ich meine, wenn ich mich mit jemandem... Also was ist der Rahmen von Loyalität? Wo entsteht die eigentlich? Man baut ja sozusagen eine Beziehung zu einer Person auf, einem Freund, aber du hast natürlich auch, du hast ja deine Familie, zu denen sollst du ja auch loyal sein und gerade diese arabische Großfamilie, wo das sehr stark auch immer wieder auffällt in diesem Buch, da wird sehr viel von Loyalität geredet und dass man sich genau das eben, dass man einstehen muss für die Familie und so weiter. Aber gleichzeitig passiert es immer wieder, dass das halt nicht stattfindet, während man aber gleichzeitig immer von Ehre redet und es muss die Ehre eingehalten werden. Wie passt das für dich zusammen? Wo sind die Grenzen von Loyalität? Also ich glaube, dass Loyalität tatsächlich nicht eingefordert werden kann in so einem starren System wie in so einer hierarchisch organisierten Familie und dass es da auch gefährlich ist für die Entwicklung des Einzelnen. Glaubst du, dass die Grenze von... Weil ich habe mich das auch gefragt und für mich ist die Grenze von Loyalität immer genau da, wo bei dem Einzelnen der Egoismus beginnt. Das heißt, ist das mit mir und dem, was ich will, eigentlich vereinbar? Bin ich bereit, über meine eigenen Wünsche hinweg zu gehen, um Loyalität... Nee, also man darf sich meiner Meinung nach auch nicht selber verraten. Also das ist die Grenze. Da, wo ich mich selber nicht wohlfühle, dabei muss die Loyalität zwangsläufig enden, weil ansonsten bin ich nicht mehr ich und dann wird das ja unauthentisch und dann... Also man verrät erst den anderen, bevor man sich selber verrät. Ich glaube nicht, dass man den anderen verraten muss. Aber du kannst dich abgrenzen. Also es gab mal ein Beispiel, da kam eine Gruppe und wollte Stress und die haben gesagt, du hast es gesagt. Und derjenige, der angeschnitten ist, das ist jetzt blöd, wenn man das natürlich so im Blauen und mit dritten Personen erklären muss, aber also, die sind auf denjenigen zugegangen und haben gesagt, du hast es gesagt. Und er hat in dem Moment gesagt, nein, ich habe es nicht gesagt. Ein anderer hat das gesagt. Es ist ein Unterschied zu sagen, nein, ich habe es nicht gesagt. Stopp. Dann kann man immer noch eine draufkriegen. Dann besteht die Gefahr, dass die anderen einem nicht glauben. Aber man verrät nicht den anderen. Ist jetzt ein sehr spezieller Fall. Also, was ist, wenn die schon rumboxen und deine Freunde werden geboxt und du guckst zu? Ich bin von Polizisten abgeholt worden, um beim Staatsanwalt eine Aussage zu machen. Ich bin nicht hingegangen, der Staatsanwalt hat mich vorgeladen. Ich bin nicht hingegangen. Die kamen um 8 Uhr morgens, haben mich aus der Wohnung geholt, zu zweit, an meinen Nachbarn vorbei, durch die Einkaufspassage zum Polizeiauto gebracht, zum Staatsanwalt. Und ich habe nicht ausgesagt. Ich habe von einem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Okay, das steht jedem zu. Steiger ist keine Snitch, halten wir mal fest. Nein, aber du kannst das machen. Du kannst nicht aussagen. Und das ist nicht, weil ich dem anderen jetzt irgendwie... Weil ich dem anderen... Ich habe letztens auch nicht ausgesagt, auch von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Ich weiß, was du meinst. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich hätte gern was ausgesagt. Ich hätte gerne diese Person in die Scheiße geritten. Habe es dann aber nicht gemacht. Warum hast du es nicht gemacht? Familie. Weil es Familie war? Ja, es war Familie. Wenn es nicht Familie gewesen wäre, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wäre mir vielleicht scheißegal gewesen. Aber es war Familie. Ja, also ich finde es auch nicht schlimm, mit der Polizei eine Aussage zu machen. Also wenn eine Straftat begangen wird, wenn jemand... Also in einem Vergewaltigungsfall finde ich es vollkommen richtig. Also du würdest das nicht so wie Cameron handeln, der gesagt hat, wenn er neben einem Massenmörder leben würde, würde er einfach umziehen. Was immerhin zur Folge hat, dass wenn Cameron heute umzieht, sich alle anderen Nachbarn fragen, wer von uns hier ist denn jetzt der Massenmörder? Also ich meine dieses Stop Snitchen, diese Kampagne fand ich auch ein bisschen zweifelhaft. Aber generell würde ich schon mal sagen, okay, nein, man macht das nicht. Aber wenn man sich selber unwohl fühlt, wenn man sich selber verraten würde dabei, dann muss man das tun. Und natürlich hat jeder Mensch das Recht, bei der Polizei auszusagen. Also ging es jetzt darum bei Loyalität? Ich glaube, uns ist das Thema ziemlich entglitten, wenn ich ehrlich bin. Von daher sollten wir jetzt... Wir sind jetzt echt auf Spezialfälle zu sprechen gekommen. Wir sollten jetzt mal weitergehen, bevor wir uns weiter verstricken und vielleicht doch noch weitere Anrufe vom Staatsschutz bekommen. Eine der Figuren zum Beispiel im Buch, also die sind ja alle rein zufällig, aber heißt Atakan Abu Mohammed. Das ist der Kopf dieser arabischen Großfamilie. Und es gibt in dem Buch auch eine Geschichte über einen Casino-Raub von dieser Familie. Es gibt eine Sequenz, wo dieser jemand in einem Van sitzt, wo die Schiebetür aufgerissen wird. Und dann wird mit einer Fake-Knarre da reingeballert, mit einem Maschinengewehr, aber es sind nur Platzpatronen. Und da muss ich so denken, also irgendwie habe ich das schon mal gehört. So im Hip-Hop-Kontext, weißt du? Urban Legends sind es. Also du hast das gefunden habe. Die du gefunden hast in der Zeitung? Gehört, gesehen, erlebt. Hast du eigentlich außer mir noch jemandem dieses Buch zum Lesen gegeben? Und frei gefragt? Wem sollte ich es gegeben haben? Den urbanen Legenden? Nein, das sind frei erhältliche Geschichten. Ich habe, also ganz ernsthaft, ich habe, also ich habe mich, ich sitze viel beim Friseur. Ich sitze viel beim Friseur. Willst du deine Ohren abflemmen? Ja. Wenn es... Willst du mal wieder hin? Ja. Machen die aber nicht, weil Kartoffeln braucht nicht. Wenn du bezahlst, dann wird dir das abgeflimmt. Aber da muss ich ja extra fragen. Das ist mir immer peinlich. Äh, nee. Für alle Friseure, die zugucken, bitte nicht mehr fragen. Einfach abflemmen. Ja, ich sitze immer so verschreckt in der Ecke und bin froh, dass ich da sein darf. Und höre dann zu und schreibe, schreibe ein kleines Notizbüchlein mit spitzer Feder, schreibe ich dann diese Geschichten auf, die ich dort höre. Naja, aber es ist tatsächlich, also Friseur ist immer ein guter Ort für Geschichten. Was mich dann natürlich zur Frage führt, da ich diese urbanen Legenden bei meinem Friseur auch gehört habe, ich aber weiß, dass es Menschen gibt, die niemals zu denselben Friseuren gehen wie du und ich. Die nennt man auch Mainstream, diese anderen Menschen. Wenn die dieses Buch lesen, dann wissen die das ja gar nicht. Ja. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, alle anderen Geschichten, die im Buch sind, außer diesen, die wir als urbane Legende kennen, sind die denn auch irgendwann mal passiert? Ja. Also, das basiert alles im Grunde doch auf realen Dingen, die du aber dann wild vermischt hast. Ist das alles faktisch abgesichert, was du da drin hast? Es gibt viele Sachen, zum Beispiel von Ronald Koch. Ja. Ja, die tatsächlich stimmen. Ich habe gehört, der ist jetzt Baggerfahrer. Ronald Koch ist nicht Baggerfahrer. Nee. Ronald Koch ist nicht Baggerfahrer, aber es gibt eine Geschichte in diesem Buch, wo er mit seiner Frau Anke am Abi-Ball zum 99 Luftballons tanzt. Und das ist zum Beispiel eine wahre Geschichte eines Menschen, der mir als Schablone für diesen Ronald Koch gedient haben könnte. Ich verstehe. Ich verstehe. Also, er erinnert mich nicht an den Backspin-Gründer, er erinnert mich an eine andere Persönlichkeit, neben der ich rein zufällig gerade sitze. Und diese Person sagt, ich glaube, meine Eltern wissen bis heute nicht, was ich hier in Berlin eigentlich mache. Immer wenn ich im Fernsehen oder in der Zeitung bin, dann gehen die zum Nachbarn und sagen, guck mal, unser Sohn. Aber im Grunde scheint es so, weil es gibt auch noch andere Sequenzen, da sagt er zum Beispiel, er hätte gerne Achtung, Vertrauen und Dankbarkeit. Aber das war immer das, was er sich von seinem Vater gewünscht hat. Wie viel Realität hat das mit dir und deiner Familie zu tun? Na, also alle Personen haben was mit mir zu tun in diesem Buch. Und das an dieser Stelle auf jeden Fall, klar. Wie ist denn das Verhältnis mit deinen Eltern? Möchtest du darüber reden? Nein. Habe ich da einen wunden Punkt getroffen. Aber es liegt im Buch und in allen Interviews, die ich in den letzten Jahren mit dir gesehen habe. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Ich meine, steht ja in diesem Buch. Ja, klar, natürlich. Wünscht man sich doch von seinem Vater, oder nicht? Habt ihr mal darüber geredet? Ach, ist nicht möglich. Verstehe. Du kannst es auch rausschneiden. Lassen. Nein, aber ich meine, was soll da jetzt? Guck mal, es gibt ja dann auch irgendwann mal Zeitpunkte, wo es einfach zu spät ist. Dann kriegt man Achtung, Liebe und Dankbarkeit, aber dann will man das auch gar nicht mehr haben. Hattest du vor? Weißt du, es gibt ja so Momente im Leben, wo man auf sich alleine gestellt ist, weil die andere Partei, mit der man das gerne ausdehlen möchte, also entweder kann man mit der nicht reden, weil die dafür nicht fähig ist, oder vielleicht ist sie auch einfach tot. Und man muss seinen Frieden mit sich selber machen. Ist dir das gelungen? Ja, ja, musst du sowieso, aber ist dir das gelungen? Ja, oder arbeitest du noch daran? Ja, also, ich weiß nicht, es kommen bestimmt noch ein paar Sachen, auf die ich gespannt bin, wie ich dann reagiere. In diesem Interview? Ich glaube nicht. In diesem Interview? Meinst du in deinem Leben? In diesem Interview haben wir, glaube ich, gerade die härteste Stelle um Schiff. Soll ich dich kurz mal drücken? Das wäre nett. Alles wird gut, Steiger. Danke, das ist schön. Das ist auch kein Scherz. Nein, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Dann würde ich dich gerne zum Abschluss noch etwas fragen, und zwar habe ich ja... Brauchst du ein Taschentuch? Nein. Und zwar, da dankst du einer Julia, die hat dich vor ein paar patriarchalischen Patzern bewahrt. Was waren das für Patzer, die du aus dem Buch herausgestrichen hast? Und für die, die es nicht wissen, patriarchalisch, also heißt so übervatermäßig, der Patriarch. So meinte ich das nicht, sondern das waren eigentlich eher chauvinistische Patzer waren das. Und zwar, das Buch ist sehr pornografisch. Da sind ein paar Liebeszenen drin, wo die Figur Stefan Farbinger, ich wollte schon sagen, wo Markus, wo die Figur Stefan Farbinger Dinge in Körperöffnungen steckt. Pass auf, nein, nicht nur Stefan Farbinger steckt Dinge in Körperöffnungen. Christoph tut das auch, Sabine tut das. Ach sorry, stimmt, Christoph steckt das. Aber du hast ja gesagt, in jeder Person steckt auch was von dir. Genau, und deshalb steckt vielleicht auch anderes wiederum in anderen Personen. Haha, den Witz durfte man sich jetzt nicht hingehen lassen. Also, es war sehr pornografisch, das heißt also, da sind Liebes-Szenen drin mit Close-Up. Ja? Pink Schatz. Ja, und das ist genau... Und Brown Schatz auch. Aber das ist genau der Unterschied. Es ist, der Pink Schatz ist nämlich auch ausgespart worden in letzter Konsequenz. Und zwar war das so, oder ich erkläre es andersherum, wenn man eine neue Liebesbeziehung anfängt oder überhaupt eine Liebesbeziehung hat, dann gibt es ein Wort für das Geschlechtsteil der Frau, was die Frau gerne mag. Ja? Also Frauen benennen... Mumu. Ihr Geschlechtsteil? Pflaume. Unterschiedlich. Möse, Muschi, Fotze. Äh... Recht, ich kenne keine Frau, die das Wort Fotze mag. So. Als Mann hat man die Aufgabe, und das kann man durch Nachspüren und Zuhören tatsächlich rausfinden, welches Wort sie gerne mag. Und Frauen sind da sehr empfindlich, weil wenn sie das eine Wort mögen, mögen sie das andere nicht. Und sie mögen es absolut nicht. Und wenn man das als Autor, kann man das nicht tun. Dieses Spüren und Nachhören kann man nicht tun, weil ich müsste auf gut Glück raten, und dann habe ich halt 90% der Frauen verloren, die dieses Wort nicht mögen. So. Und deshalb... Und in einer der ersten Versionen war das eben so, da habe ich ein Wort benutzt, und dieses Wort hat... Julia hat gesagt, dieses Wort geht für sie gar nicht klar, und deshalb ist es überhaupt nicht tragbar, und auch diese sexuellen Stellen... Also kann sie nicht lesen, wegen des Wortes. Und dann habe ich mich entschlossen, dieses Wort komplett... Ist es das F und das Wort, was man mit F und mit V schreiben darf? Ja, oder ein anderes, was man mit M schreibt. Auf jeden Fall... Und Klitt war dann okay, weil das ist mir aufgefallen. Ja, das ist dann so... Das geht noch, klar, denke ich mal. Aber auf jeden Fall, falls dir das aufgefallen ist, das Wort Forze kommt auch drin vor, aber es wird dann in anderen Zusammenhängen und anderen Kontexten dann benutzt. Du hast also Rücksicht auf die weibliche Leserschaft genannt. Genau, ab an einem gewissen Punkt muss man halt nicht sagen, okay, und sie spreizte ihre Muschi, sondern da reicht es auch zu sagen, sie spreizte ihre Beine, und es war feucht und nass. Und war dir das eigentlich eine innere Freude, diese Sequenzen, oder waren alle Sequenzen gleich freudig zu schreiben? Ja, das ist mir auch ein inneres Bedürfnis gewesen, tatsächlich pornografische Literatur zu schaffen, weil ich finde, dass pornografische Literatur in der deutschen Literatur ein ganz, ganz stiefmütterliches Dasein fristet. Und das wollte ich ändern. Ja, also es gibt ja hässlichen Sex, Scheißsex, guten Sex, schönen Sex, schönen harten Sex, und ich wollte das alles beschreiben. Ja, weil oft ist die sexuelle Darstellung in deutschen Romanen so hart. Also nicht nur hart, sondern abwertend hart. Aber Blümchensex beschreibst du da auch nicht? Nein, eben, und ich wollte ja auch schönen, harten Sex beschreiben. Also ich wollte schon auch, dass es eine gewisse Stimulationswirkung entfalten könnte, wenn man sich darauf einlässt. Ich bin großer Fan von pornografischer Literatur und weniger von Pornografie an sich, weil ich finde halt einfach das toll, was man sich da alles vorstellen kann. Ich kann mir dann halt auch wirklich das vorstellen, was ich sehen möchte und nicht irgendwelche Darsteller, die in irgendwelchen verrückten Posen sich durch die Weltgeschichte rammeln. Das interessiert mich nicht wirklich. Also vor allem auch dieses Getunte und alles muss groß sein. Die Frauen-Megatitten, operierte Schamlippen, dass das alles passt und die Männer mit riesigen Gehänge. Kommt mir sowieso immer minderwertig vor. Naja. So, jetzt haben wir nochmal ganz zum Schluss einen Einblick in Steigers Sexualvorstellungen erhalten. Ich finde, das ist alles in Ordnung. So Trends wie dieses Gagging oder so, ey, was... Ist aber in deinem Buch auch? Ja, aber in der Vergewaltigungsszene. Ja, Moment mal. Also, die Sabine, du hast es geschrieben, die Sabine, findet das doch interessant, dass sie von Christoph... Stimmt. Stimmt. Ja, ist ja auch schön. Hast du das denn wieder vergessen oder was? Ja, manchmal muss ich mein eigenes Buch nochmal durchlesen und denke, boah, was hat der Geiles geschrieben. Nun gut, für die, die ich wissen, was Gagging ist, guck mal bei Wikipedia, da steht das 100%. Ich danke dir für das Interview. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Ja, du immer wieder gerne, ruf einfach an. Du bist einfach wirklich so ein klapper Typ, weil du hast mich ja richtig, äh, mit der Frage nach deiner Eltern... Uh, crazy shit. Alles wird gut, steigern. Alles wird gut, steigern. Äh, wir kriegen das hin. Ja, auf jeden Fall. Natürlich, muss man ja hinkriegen. Und wenn nicht, immerhin reden deine Eltern jetzt mit dem Nachbarn darüber. Du, Wille, ihr habt da so ein Video gesehen, neilich. Da war dein Sohn, der hat über mich geschwitzt. Ja, das könnte sein, ne? Vielleicht, ach, da kann ich eigentlich, ach, das tut mir alles so leid, da kann ich gar nichts weiter zu sagen. Deswegen machen wir jetzt einfach Schluss. Das braucht gar nicht Leidung. Ja, aber, aber, da ich ja für dich Gefühle hege, ist das ja so, dass mir das ja wirklich... Das wünscht man ja keinem. Das ist, also ich wünsche dir, dass es dir immer gut geht. Danke, mir geht's gut. Siehst du, und dann ist doch alles, das ist doch ein Punkt, wo man wunderbar aufhören kann. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, also genau jetzt. Äh, ich danke dir für das Interview. Das Buch heißt, die Hoffnung ist ein Hundesohn. Ja. Ist, äh, erschienen jetzt. Es ist da. Ja, bei der Ruhe, Ruck und Bucks. Ja, hoffentlich könnt ihr es jetzt auch in der Buchhandlung zum richtigen Preis bestellen. Es ist alles schief gelaufen, was schief gelaufen konnte. Das, was, wie bei allen Royal Booker Veröffentlichungen ist. Never change a winning team. Es hätte eigentlich wieder verschoben werden mit der Pressemitteilung, das Presswerk war schuld. Aber diesmal war es wirklich, der Vertrieb hat das Buch nicht gelistet. Ey, es ist wirklich alles Katastrophe. Aber es ist da, äh, es ist erhältlich. Ihr könnt es als E-Book kaufen und eben auch im Buchladen ganz normal als Print-Version. Und es ist alles dabei. Gewalt, Sex, äh, Verbrechen, äh, politische, äh, es ist eigentlich... Aber die hat es unterhalten, ja? Ja, hab ich auch gesagt. Das ist geil. Ich wollte es noch mal hören. Und ich, der Romane hasst, ja, ich hasse Romane. Ich könnte mit nichts anfangen. Ich lese Sachbücher. Ja. Das muss reichen. Geil. Schön. Von daher, äh, checkt es aus, kauft es und, äh, wir sehen uns nicht wieder. Äh, nächste Woche. Deswegen macht's gut. Ciao. Bei Agro-TV. Da hab ich ja noch die Kurve gekriegt. Hahaha. Da hab ich ja noch die Kurve gekriegt.